Freunde dieser Sportart würden hier kämen, also sind auch immer gut bedient. Hier habe ich sie jetzt noch nicht gesehen, aber scheint heute ein guter Tag zu sein hier. Also das kann ich auch selber beurteilen, das ist heute ein guter Tag hier. Da geht es aufwärts, jawoll. Oh, das sieht gemütlich aus. Verbinden wir hier mal wieder Skywatch mit Luftsport diesmal. Wir haben ja schon Unterwassersport, Überwassersport und nehmen wir jetzt mal Luftsport. Jetzt verabschiedet sich der Kollege gleich in die Sonne oder was? Mal gucken, wie die Kamera das verarbeiten kann. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Na den Ton macht es eigentlich normalerweise immer ganz gut. Also auf meinem Display sieht das ja ein Oberknüller aus. Auf meinem Display sieht das gut aus. Ich sage einfach mal, gut, damit lassen was. Also besser, ach du Scheiße, wie viel sind denn da jetzt? Das muss ja ein ganzes Nest gewesen sein. Da ist jetzt eine Tüte, eine Tüte mit Paraglidern ist da geplatzt. Nicht schlecht, das scheint eine Massenveranstaltung zu sein. Naja, aber bessere Bedingungen als heute findet man hier auch. Denn das ist schon gut heute hier. Okay, ich verabschiede mich erstmal, sonst wird das ja alles wieder zu lang hier und zu langweilig. Tschüss, Peace, Om.